Hallo, ich bin heute der Vorsitzende von ProPack Austria Falschachtelindustrie geworden und ich habe gestartet, megamäßig, mit einem Event, dem Packaging-Dialog und war gleich einmal auf der Bühne zum super spannenden Thema KI. Wer hat alles noch nicht von KI gehört? Jeder. Heute haben wir einen Einblick bekommen, was alles die Möglichkeiten sind, wo unsere Industrie wieder Gas geben muss und sie werden definitiv Gas geben, weil für uns im Arbeiten einfach cool ist. Also ihr müsst das verstehen. Packaging, Kartonpackaging, es ist eine Kreislaufwirtschaft, die sich super bezahlt macht. Also schaut rein, schaut vorbei, informiert euch und kommt zum Besten zu uns.